Wir machen jetzt erstmal ein bisschen zum Aufwärmen. Kisten zerstören. Ganz wichtig. So. Ach! Hallo Mama! Ach ja? Jo. Okay. Danke fürs Einschalten, Mama. Denn ich, wenn ich jetzt hier am Spielen bin, ist es blöd, immer die ganze Zeit aufs Handy zu gucken, weißt du? Nee, keinen Bock. Hallo? Du kannst ja aufhören, so eine Sache zu schreiben. Ich muss hier rein. Die Gerüchteküche. Ach. Du angeblich spucken soll. Es heißt, dass wer sich hier nachts hin verirrt, nie mehr zurückkehrt. Huuu. Hier sind es spucken. Gruselig. Das sind sicher nur armen Märchen. Glaube ich auch. Aber... Beeilen wir uns. Okay. Dann hüpft da rein. Sehr schön. Schauen wir mal, wie wir hier durchkommen, weh? Jetzt hier... Was? Wo? Ach, da. Das ging ja fix. Es ist geschafft. Ja. Es scheint fast so. Kisten. Ey. Ich will da gar nicht hin. Ich will hier die Kisten zerstören. Komm hier, bitte. Mann. Ich will da hinten hin. Was soll denn das? Warum muss ich denn jetzt hier hingehen? Ach, Leute. Ernsthaft? Was ist mit dir? Dude. Alles klar los. Fans. So, darf ich jetzt hier hinten die Kisten zerstören? Ja, danke. Kinderstimmen? Sollten hier eigentlich keine sein. Ich habe keine Kinderstimmen gehört. Ich habe keine Kinderstimmen gehört. Nee. Oh. Da passieren Dinge. Riesnet. Ich wollte mir doch mal die Bilder hier angucken. Könnt ihr mich bei denen... Meine Güte stören? Das ist ja richtig asozial. Aua. Wer greift mich denn da von hinten an? Was ist denn da los? Also weiße, ne? Jetzt klettern die da schon hoch. Ich will gucken, was hier ist. Was ist das? Das sieht ja süß aus. Niedlich. Aber ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Das sieht aus wie eine Fledermaus hier so ein bisschen. Aber süß. So, die sind da oben gegangen. Dann gehe ich erst mal hier rein. Bestimmt ist hier irgendwo was Geiles versteckt. Aha. Eingill? Wrong way. Ja, weiß ich doch. Ich wollte ja auch nur gucken, was hier ist. Oh. Na, wo kommt ihr denn her? Aua. 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 Hey. Ich glaube es ja wohl. Könntet ihr bitte aufhören damit? Das wäre ganz zauberhaft. Glamms. Na. Warum geht ihr denn da jetzt nicht drüber? Das ist ja lächerlich. Wundervoll. Okay, dieses Kinderlachen habe ich gehört. Nanu! Boing! Überraschung! Seid ihr okay? Alles noch dran, glaube ich. Kein Problem. Guck mal. Come on. Ganz schön dreist. Folg diesem Weg. Ist diese Nachricht etwa für uns? Bestimmt. Sonst wäre sie ja nicht aufgetaucht, oder? Vom Gipfel alter Wax. Wir haben das Bahndepot erreicht. Oh. Süß. Suspekt. Äußerst suspekt. Geil. Einfach geil. Aber. Das ist so schön. Das ist so schön. Ich liebe es. Das ist so schön. Wundervoll. Ah, ist das schön. Ich liebe Cloud. Cloud ist das Beste. Okay. Dann gehen wir da mal rein. YOLO! Altes Eisenbahn-Depot. Okay. Uh. Wundervoll. Hallo. Ist hier jemand? ist hier jemand? Oh. Du siehst nicht so nett aus, Geist! BAM! Voll geil! Hallo! Das sieht voll traurig aus! Geist! 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 No shit, Sherlock! Ist ja irre! Jo, also! Okay, da kommen wir auch nicht mehr lang! Aha! Warte, aber hier können wir bestimmt rein, ne? Das sah so aus. Boah, dieses Lachen ist aber ein bisschen eklig, ne? Hä, wo muss ich denn jetzt hin? Warte mal. Da kommen wir nicht lang. Hä? Wo sind denn die Girls? Warum sind die... Hä? Ich war doch da hinten gerade. Da ging doch gar nichts. Warum ist die Tür jetzt auf? Eben war die noch nicht auf. Okay. Oh. Dinge passieren. Zum Kran geht es dort oben. Darüber komme ich nicht, ne? Schade. Okay, dann gehen wir halt außen rum. Come on. Er will da lang, okay? Dann gehe ich erst hier lang. Was kann ich hier machen? Okay. Okay. Vielleicht auch einer ihrer Streiche. Aber irgendwo muss ich die Stromversorgung steuern lassen. Bestimmt sogar. Ich hoffe nicht Ach Aerys, hör doch auf die Geister immer zu finden, warum machst du denn sowas? Aua! Wunderbar Okay, kommen wir da jetzt wieder eine Runde, also kommen wir da jetzt wieder so zurück oder nicht? I don't know Warte, hier war doch der, ja genau, hier war eine Truhe Megatrank, mach Platz da So, hier sind wir jetzt wieder da, wo wir eigentlich ursprünglich auf Schloss geöffnet, okay? Okay, sehr schön Dann haben wir hier eine Runde gedreht, das ist gut, dann habe ich zumindest nichts verpasst Von innen verschlossen, ah okay, das eliminiert natürlich unsere Möglichkeiten, okay Okay, dann gehen wir wohl erstmal runter Da ist noch eine Truhe Echoschirm, aha So, da ist Ich höre Musik Tausend Gil Oh, ich höre geile Musik, warte mal Haben wir Bitte Du, 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 du Nein, bitte Rein, 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 ja Hallo! Wo muss ich denn hin? Ah, da sehe ich was. Ups, da passiert etwas! Da fliegt was! Ich glaube, da ist jemand ein bisschen aggro, kann das sein? Oh! Okay! Jo! Okay! Wir haben keine Zeit für eure Spielchen! Na dann! Auf gehts! Aua! Poltergeist! Dude! Wirkungslos, okay. Dann, wie wäre es mit Feuer? Na ja, Feuer sieht aber schon mal besser aus. Pass auf! Müssten wir am besten mit der Aerys machen, weil die hat ja erhöhte Magiewerte. Nicht wahr! So! Es ist heiß! Das hat nicht so gut funktioniert. Das hat nicht so gut funktioniert. Um... Mach! Oh, jetzt ist es weg! Na toll! Okay, dann mach du Feuer! Feuer! Ah! Sehr schön! Das sieht doch gut aus! Das sieht doch gut aus! Oh! Was passiert jetzt? Hallo? WTF? 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 Oh! Oh! Ich glaube, sie braucht ein bisschen Heilung. Kann das sein? Warte mal! Oh, ich liebe es, mir tiefer zu kämpfen! Das ist ja für die Beste, ey! Bam! Oh! Goll! Mmm! Nice! Das läuft! Der Hoffnung, dass euch jemand findet. Habt ihr... die ganze Zeit gewartet? Wovon redest du? Lasst uns zum Kran zurückgehen. Ja, wir gehen zum Kran zurück, nachdem ich was getrunken habe. Ah, wunderbar. Muss ich das jetzt noch irgendwie einschalten? Offensichtlich nicht, okay. Wer sich einmal hierhin verirrt, der findet nie wieder raus. Vielleicht ist da was dran. Was wohl mit uns passiert wäre, wenn sie uns gefangen hätten? Ich glaube, gefangen sind hier eher die Geister. Redet nicht so einen Unsinn. Aber was, wenn was dran ist? Ah, da. Da, 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 da. Stimmt, da war was. Halten. Yeah. Ach was. Weiß ich nicht. Nur einen Weg, da draus zu finden, ne? Oh, da sehe ich Dudes. Oh. 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 Hallo. Hallo. Schema. Oh, ist er hinten drin? Ah, okay. Easy going. Oh, nein. Und die Kinder, die der schwarze Wind mitnimmt, verlassen den Eisenbahnfriedhof nie wieder. Es ist gefährlich da. Da darfst du nie hingehen. Wehr dich nicht. Noch was. Weißt du, gestern ist Betty mit ihrem Vater. Papa, bis spät. Du hast recht. Vielleicht schafft er es heute nicht nach Hause. Das ist der Plan, ja. Oh. Oh, ich sehe da hinten. Explosionen. Das ist kein gutes Zeichen. Oh. Die Plattform dreht sich. Ah. Oh, warte mal. Eine Wehrratte. Was ist denn da los? Oh, geistert ich den auch noch. Geisterli. BAMS. Oh, da sind nur noch mehr Geisterlis. Was ist denn da los? Ja. Easy going, ne? Scheint noch zu gehen. Oh, okay. Da haben wir wohl Hilfe. Bist du okay? Ja. Was hat das? Der Dissektionscode für die Platte ist. Merkst du? Ja, ja. Wir können sie immer frei drunter schützen lassen. Allerdings gibt's kein Problem. Ich bin dann noch nicht erinnert. Ich glaube, es ist ein Problem. Ich weiß, dass der Dissektionscode ist. Wir müssen das mal realisieren. Ich lebe die Platte. Wir müssen weg. Wir müssen weg. Wir müssen weg. Und vielleicht kommt nachts und weg. Wir müssen weg. Für euch ist das nur ein Spiel. Ich erwarte, dass alles noch klamm läuft. Tiefer. Das mit dem Plan war also wahr. Barret und die anderen werden sich schon zu wehren wissen. Sektor 7 ist nicht mehr weit. Los! Dramatisch! Okay, wir müssen da lang. Na? Eine Morgre-Medaille. Seht euch das an! Okay, machen wir ja erstmal die Dudes da hinten, ne? HELLO! HELLO! Dude! Aua! Was sind da los? Oder laufe ich jetzt, warte mal, laufe ich jetzt hier die ganze Zeit im Kreis? Was soll denn das? Hä? Muss ich die hier? Muss ich hier hoch? Eventuell? Konnte es sein? Ah! Okay! Wundervoll! Danke! Weiter! Sehr schön! Dann können wir jetzt hier nochmal hochklettern. Wundervoll! Wir können jetzt hier, in den KX 3. Und hier, in der KX 4, in our nächsten Mal. Das ist das was, was ich dann da hier nochmal hochkotet. Und hier, in der KX-KX 5, in der KX-KX 3, in das sind haltet. Und jetzt hier mal gern sind, dass wir mal hier тоже obfassieren können.